Möchtest Du auch gerne die perfekten Gewohnheiten und Routinen für Dich und für Dein Business und für Deinen Alltag finden? Die Dinge, die richtig gut zu Dir passen, die zu Deinen Aufgaben passen, aber Du weißt nicht so ganz genau, wo Du anfangen sollst, wie Du die richtigen Routinen und Gewohnheiten findest? Dann melde Dich jetzt für meine Orga-Bibliothek an. Ich sende Dir jede Woche ein kurzes, knackiges Video mit einer neuen Routine, einer Gewohnheit, einem Orga-Tipp. Du probierst diesen Tipp eine Woche lang aus und testest. Passt er zu den Aufgaben, die ich erledigen möchte? Passt er überhaupt in meinen Alltag, in meinen Business-Alltag? Passt er zu mir und passt er vor allen Dingen zu den Zielen, die ich erreichen möchte? Melde Dich jetzt hier unter diesem Video an. Spannende Dich jetzt hier unter diesem Video an.